So, hallöchen ihr Hundis. Mal gucken, ob wir irgendwann noch Name-Tags bekommen. Das wäre echt cool. Da habe ich den Eindruck, hier fehlt was, aber nee, tatsächlich nicht. Awww, die brauchen alle noch Name-Tags. Und es kann sein, dass wir... Obwohl, nee, wir sind noch nicht. Haben wir eine Angel? Nee, aber wir haben Bögen. Wir brauchen eine Angel. Wohin bringt eine Angel? Wir haben nämlich nur einen Faden. Wir bräuchten aber zwei. Ansonsten muss der Bär doch leider für Dinger herhalten. Wie heißen sie? Fische. Der muss auch für Fische herhalten. So, was ich heute vorhabe, ist, wie gesagt... Ich möchte hier gerne ein paar Sachen ändern. Eierchen, danke für die Eier. Ein weiteres Huhn ist geboren. So, ähm, die Tiere sind an sich schon ganz nett. Aber ich hätte tatsächlich doch hier hinten gerne einen Stall, wo wir die Tiere vielleicht auch ein bisschen aufspalten. Ähm, dass sie dann halt doch ein bisschen... Keine Ahnung, vielleicht lassen wir die Hühner sogar hier vorne. Aber das war keine Ahnung. Die Kaninchen in einen Stall bringen, die Schweine in einen anderen, die Kühe und Schafe jeweils. Die kriegen dann natürlich auch ihr Gras, ne? Wir haben ja genug Erde, dass sich das alles noch ein bisschen ausbreiten kann. So, das ist meine Überlegung. Wir werden definitiv hier hinten noch was anbauen müssen. Weil wir sind ja hier noch lange nicht fertig mit unseren Bäumen. Und ich muss schon wieder trinken. So. Und das Feld hätte ich auch gerne ein bisschen weiter... Dass hier eine Lücke bleibt, dass wir das hier mindestens um zwei bis drei Felder in die Richtung rücken. Erstmal. Weißt du, wir können ja jetzt eigentlich schon mal anfangen mit dem... ...einsammeln. So. Haben wir ein Eimer dabei? Ja, haben wir. Super. Hallo? Hallo, Eimer? Ich werde gern das Wasser hier. Thank you very much. Das funktioniert nicht. Was ist da los? Ist der Eimer kaputt? Der WC-Schmiedereitschen bergen? Bergen von was? Der Heimat auch vorher funktioniert. Was ist denn da jetzt noch kaputt? Äh? Achso, ich bin nur doof. Ja! Falschen Knopf gedrückt. Ah, da haben wir's. Gut. Gut. Sehr gut. Wir machen das auch, äh, tatsächlich noch ein bisschen, äh, uns ein bisschen schöner, wie gesagt. So, mal gucken, ob wir das hinkriegen, ohne dass uns die ganze Erde komplett wegfällt. Tschüss. War nett mit dir? Aber wir haben ja noch. Wir haben ganz viel Erde, wir haben ganz viel Holz, wir haben... Das ich brauche, ist ja eine Klappe, so. So, da haben wir die Klappen. Dann brauche ich mehr Holz, weil... Ah, nee, warte, wir haben, wir haben das da. Wir brauchen Erde. Nur für alle Fälle, weil da wird wahrscheinlich eine Menge runterfallen. Wobei ich echt am überlegen bin. Ich glaube, die Kürbisse und die Melonen, die packen wir uns dann woanders hin. So. Was haben wir auch hier? Kein Problem. Äh, wie gesagt, mindestens um zwei, das heißt, das kann weg. Ich habe ein bisschen Angst. Oh. No. Ja, genau. Das hatte ich befürchtet, dass uns diverse Erde runterfällt. So. Shit. Unser Eimer ist weg. Und nicht nur unser Eimer. Der Eimer geht ja noch. Aber unser Leder ist weg. Okay, wir müssen die Kühe verwaltigen, wollte ich jetzt sagen. Vermehren, vermehren müssen wir die. Ich habe das Schiff gedrückt, ich schwöre es. So, kommt mal her, ihr Kühe. Wir brauchen dringend Leder. Sonst haben wir nachher ein Problem. Weil ohne die Kantinen, also ohne die Dings, wird es schwierig, überhaupt an Wasser ranzukommen, damit wir was trinken können. So, ich brauche Erde. Ich brauche Holz. Wir haben Fichte, wir haben Schwarzeiche. So ist es erstmal wurscht. Steine haben wir natürlich jetzt auch massig verloren, das ist blöd. Ich hoffe, dass wir bald, ähm, dass wir bald, na, Hirn, Lama kriegen, Hirn, Hochsteingenerator. So, nochmal die Schaufel. Und ein Schwertchen. Wir haben natürlich jetzt auch keine Platten mehr, aha. Das heißt, wir müssen jetzt mal warten, bis, äh, Dingens wächst. Oder wir helfen nach. Das wachs. Dankeschön. Das ist die Eisenspitzhacke ist wahrscheinlich jetzt auch weg. Ach, nö. Da habe ich ja was angerichtet. Ja. So, kein Problem. Das haben wir soweit erstmal wieder. Bep, 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 bep. Und diesmal nicht zu weit, zu biegt. Dann lass es lieber fallen. Na? So wichtig ist es dann auch nicht. Wir haben genug, Erde. So. Hier wird's noch lustig. Hier wird's noch sehr lustig. Ich warte mal. Hier ist die Mitte. Hier wird's noch lustig. So dicht am Abgrund gefällt mir gar nicht. Nip, 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 nip. Ähm. Ja, Mensch, wir haben doch jetzt schon den zweiten Advent, ne? Habt ihr schon Kekse gebacken? Oder seid ihr überhaupt nicht der Typ für Kekse? Oder vielleicht auch nicht der Typ zum Backen? So. Haben wir unsere Hacke eigentlich noch? Oder ist die auch irgendwann schon mal in die Tiefe gefallen? So. Okay, das hätten wir. Wir haben einen Bogen noch. Das ist schon mal gut. Aber wir haben keine Pfeile mehr. Okay, doch, wir haben Pfeile. Äh. Irgendwas wollte ich warten. Oh, unsere ganzen Samen sind weg. Die Kartoffeln. No. Wir haben keine Kartoffeln mehr. Ah. Dang it. An Gras kommen wir ja noch ran, ne? So für Weizen. Aber, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh no. Oh jei jei. Schande über mich und meine Kugel. Oder besser nur über mich, weil die Kühe können nichts dafür. Ähm. Eimer. Wir haben zum Glück das Eisen immer vorsorglich hier drin. So, ein Eimer. Bipp, bipp, bipp. Warum musste ich auch unbedingt runterfallen? Äh. Schnür. Tju. Wir haben schon wieder irgendwas geschafft. Find ich gut. Halt. So. Und dann packen wir uns jetzt mal die Klappe wieder hin. Hält auch diesmal nicht so auf. Und theoretisch tatsächlich, nicht nur theoretisch, sondern auch rein praktisch. Packen wir das jetzt hier drauf. So. Dann haben wir. Jawohl. Die Melonen sind auch weg und die... Also Kürbisse haben wir noch, aber die Melonen sind weg. Oh Gott. Warum? Warum? Jetzt sind nicht nur wir abgestürzt, sondern auch das Spiel. Es geht gut los. Das ist ein toller Montag. So muss das sein. Ich habe ja vor, dieses Wochenende noch Kekse zu backen. Ich weiß nur noch nicht welche. Da muss ich noch gucken. Okay. Wie viel haben wir jetzt an Prozess... An Prozess verloren? Hallo? Nichts. Es hat tatsächlich zwischendurch gespeichert. Alle klar. Dann ist er gut. Es wurden wieder Eier gelegt. Sehr schön. Und genau deswegen... Ich kann... Yes. Sorry. Leute, ihr seid ein bisschen im Weg. Oh, wir haben ein paar neue Blümchen. Die hatten wir noch nicht. Leute, Leute, Leute. Bitte. Ich muss hier ran. Da drüben war auch noch was. Los, lasst mich mal hier bitte ran. Dankeschön. Okay, wir haben... Künft. Das ist gut. Damit können wir schon was anfangen. Damit können wir unser... Oh nein. Ich habe Durst. Und egal, was wir trinken. Das hilft uns nicht weiter. Das heißt, wir müssen jetzt ein paar Kühe töten. Insofern ich das sehen kann irgendwie. Oh, nee. Das ist nicht okay. Sorry. Das tut mir leid. Bitte lasst Leder fallen. Danke. Welche Leder haben wir? Drei Stück wahrscheinlich. Das hilft uns doch nicht. Das tut mir leid. Wir haben ja noch. Wir haben ja noch. Hallo. Bitte. Leder? Ich glaube, das reicht nicht. Ach, nö. Unser Leder, nicht alle. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Habe ich ihn noch? Da habe ich noch eins. Mal gucken. Äh, wir haben drei. Das ist so. Okay. Wir schmeißen wir erst mal das hier rein. Mal in dem Zustand arbeiten. Kannst du knicken. Kannst du sowas von knicken. Tschüss. Auf Wiedersehen, nur grausame Welt. Ich komme wieder. Bist du einmal runtergefallen, ja? Kannst du dir nicht ausdenken. Tschüss. Ähm. Äh, es sind echt nur drei. Okay, warte mal. Dann team. Kann man die auch noch mit was an... Okay, man könnte sie mit Purified Water. Wartels. Müsste man sie füllen. Ansonsten... Brauchen wir halt... Wir haben nur die Hälfte des Leders, was wir brauchen dafür. Das ist schlecht. So. So. Ähm. Ja. Okay. Ja, gut. Ähm. Wirklich, heute ist erst mal Nummer eins. Zusehen, dass wir irgendwie nochmal an was zu trinken rankommen. Wir haben kein Leder. Oder wir müssen ein paar Kaninchen töten. Das ginge. Aber Möhrchen haben wir noch. Das ist noch schön. Noch zur Not halt noch Möhrchen machen. War kein Problem. Also hier noch ein paar Kaninchen vermehren. Und dann holen wir uns das Kaninchenfell. Das tut mir wirklich leid. Aber es ist halt wirklich dringend nötig. Ich passe auch auf, dass wir... ...diese Kaninchen nicht zu sehr töten. Also, dass wir die nicht ausrotten. Das meine ich damit. So, die ersten Kaninchen hatten wir. Ich habe die Axt vergessen. Aufwand. Axt her. Und macht es sich einfach am besten. I'm so sorry. I'm so sorry. Du bist... ...ausgewachsen, richtig? I'm so sorry. Wir haben eine Hasenbote. Oh, Schweine. Schweine. Nicht okay. Ihr seid im Weg. Noch eine Hasenbote. Und Essen. Bitte. Leder. Oh, da ist noch eins. Nee. Okay, das reicht. Das reicht. Ich habe keins mehr. Das tut mir leid. Und wir haben auch kein Leder bekommen. Schade. Aber dafür zwei Hasenbote. Was machen wir jetzt damit? Ja. Nevermind. Wir haben ein Kaninchen Leder gekriegt. Aber damit können wir noch nicht viel anfangen, glaube ich. Ich glaube, man braucht vier, um ein normales Leder herzustellen. Leder. 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 Genau. Vier. Leather Stripe? Wo kriegt man die denn her? Okay. Halt. Okay. Ja. Oder man kann mit Piglins tauschen. Dorfgerberei? Haben wir nicht. Äh. Esel. Ja, man könnte natürlich. Ja, das ist mir. Ich wollte gerade sagen, ist das ein Eisbär? Nee. An Lamas hatten wir aber noch keine. Pferde haben wir keine. Möchte ich aber auch ehrlich gesagt nicht machen. Das sind die armen Tierchen. Okay. Nee, dann muss das warten. Ist dann halt leider so. Und, ähm. Aber wir haben das Feld umgerückt. Das ist schon mal gut. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Weil... Trinken ist blöd. Oder? Ja. Wir können auch nicht einfach mal so trinken. Das einzige, was Durst mindern würde, wäre Melone. Kommt, essen hier. Haben wir aber nicht da. Melone haben wir einfach nicht da. Ähm. Sehr gut. Wir haben hier irgendwelche Kojoten, die rumwellen. Weißt du, es war nicht, wo die herkommen? Aber gut. Na gut, dann müssen wir erst mal mit dem arbeiten, was wir haben. Dann muss ich mich halt wieder, allernäßig, von der Klippe stürzen, damit wir, äh, was zumindest was sehen. Es ist sonst... Es wird sonst echt ein Krampf. Ja. Dann überlegen wir mal... Müssen wir mal kurz überlegen, woraus bauen wir eigentlich unser Holz. Äh, unser Haus. Ja, ich glaube, ich habe es schon... Aus Holz auf jeden Fall. Klar, so viele Steine haben wir dann auch nicht. Vor allem war jetzt wieder ein halber Stack mindestens in die Tiefe gefallen ist. Mit mir? Ich hoffe, der lässt genug Setzlinge fallen. Weil Schwarzholz ist echt ein wunderschönes Holz. Außerdem sehen die Bäume echt schön aus. Die sind ein bisschen interessanter. Einen haben wir schon. Einen haben wir schon. Sehr gut. Wo zwei sind, sind auch noch mehr. Bitte. Ja. Danke. Ja. Wir haben genug. Oh nein. Mann. Nein. 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 Es wird schon wieder alles verschwommen. Wir schwinden die Sinne. Oh, wir müssen was trinken. Ne, echt, dass man tatsächlich die ganze Zeit was trinken muss, weil man sonst nichts mehr sieht, ist echt ein bisschen anstrengend. Muss man schon sagen. Ich meine, gut, dadurch, dass die Gegenstände leuchten, sieht man zumindest, wo sie sind. Aber trotzdem, das ist ein bisschen anstrengend, aber trotzdem, das ist ein bisschen anstrengend. Ein bisschen sehr anstrengend. Weil man will ja hier eigentlich in Ruhe bauen. Und dann fehlt ja verdammt nochmal Leder. Zu nervig. Keine neuen Hühner. Das ist okay. Den Einsatzen heben wir uns definitiv auf. Ein Stöcker. Ich habe keine Ahnung, was der Rest ist. Wenigst mehr. Wenigst mehr. Wumichbar. Bleibt dann ja nicht viel übrig. Oh. Bleibt dann halt wirklich nicht viel übrig, ne? Ja. Ja. Ich mag nicht. Und vielleicht hat ich eine andere Wahl gerade wieder, solange wir halt nichts zu trinken haben. Wir müssen dann erstmal warten, dass unsere Kühe erwachsen werden. Und unsere Kaninchen. Dass wir die dann wieder vermehren können. Ja, ich weiß, theoretisch. Wir haben jetzt zwar eine Muschung. Die möchte ich aber gerne behalten, ehrlich gesagt. Schön genug, dass wir die anderen nicht mehr haben. Ja, gut. Oder wir machen hier erstmal weiter. Ich hätte ja gerne noch einen String. Ich weiß nur nicht, wo wir den herkriegen sollen. Also, den Faden. Kann man den herstellen. Aus Wolle? Warte mal, aus Wolle können wir Faden zurückgewinnen? Oh. Wir haben Wolle. Das heißt, wir haben Fäden. Das heißt, wir könnten angeln gehen. Und das wiederum bedeutet, man könnte, vielleicht haben wir Glück und angeln uns ein paar interessante Sachen raus. Und neben Fisch, vielleicht kriegen wir auch ein paar ein bisschen Leder oder irgendwelches anderes Zeug. Oh mein Gott. Vielleicht sind wir damit gerettet. Vielleicht angeln wir uns sogar ein paar Wasserflaschen. Vielleicht kann man sich damit auch irgendwie den Doos stillen. Vielleicht braucht man nicht unbedingt diese blöde Lederflasche dafür. Ich habe wieder Hoffnung. Wenn wir jetzt ein paar Fische fangen, dann sind wir auch schon gut vorbereitet für die Katze, die später kommt. Und unsere ersten Erfahrungsfugte im Fischen. Ich hoffe, wir kriegen auch noch eine Angel, die ein bisschen besser als die hier. Wir können ja im Moment selber noch nicht entscheiden. Hoppala. Wir haben einen Lachs. Wir brauchen vernünftigen Teich, der hier ist irgendwie... Nee, suboptimal. Ja, ich weiß, ich wollte bauen, aber das war bevor ich runtergefallen bin und ich möchte jetzt erst mal tatsächlich zusehen, dass wir hier wieder ein bisschen ein paar Sachen bekommen, die wir leider verloren haben. Oder sagen wir, die ich leider verloren habe, weil ich halt doof war und runtergefallen bin. Ich bin mir auch noch nicht hundertprozentig sicher, ob das Feld da bleiben sollte, wo es gerade ist. Na? Passiert noch was? Ein Pufferfisch. Also Drogen nehmen können wir schon. Necker. Ja, Fischi, Fischi, Fischi. Ja, Fischi, 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 Fischi. Ja, Fischi, Fischi, Fischi. Das hat funktioniert. Oh, wie hübsch. Ein Seerosenblatt. Später für den Teich zur Deko. Ich frage mich ja, ob man wenn man schon in diesem Modpack hier tatsächlich auch... Ah! Erschreckt mich doch nicht so. Ich dachte, ein Fisch hätte gebissen. Erschreckt die Fische nicht mal. Ich angel hier. Ich habe ja... Also, wenn wir schon Faden wieder herkriegen, könnte man auch Erde regenerieren? Nee, wo wäre, da könnte man nur höchstens draus herstellen. Ja, Fischi, 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 Fischi. Fischi, 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 Fischi. Fischi, Fischi. Ah, es scheint zu funktionieren, der Gesinn sein. Klapp mal, noch ein Fisch. Ja, Fischi, 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 Fischi. hat einmal geklappt hat bestimmt noch mal geht unser anlag glück nach den level der fischerei oder und ich ahne schon wir kriegen bald wieder verschwommen ist nicht weil wir verdursten schon wieder unsere kühe sind ausgewachsen das gut hier fisch nummer fisch kekse für die katzen irgendwas noch mit den polar füchsen einfallen lassen warum haben wir eigentlich noch keine süß werden das bestechen hier jetzt nicht richtig 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 kann mein fisch kann ich kann man schon oder eine wasserflasche einholen wir haben wieder ein paar kühe es wäre sehr gut wenn eine also ein bisschen mehr leder fallen das drei stück werden super aber ich sag mal muss die axt sie nicht also das finde ich echt nervig dass man hier sieht und selbst wenn ich einen apfel esse er macht keinen durst weg weg das ist echt nervig ich glaube sich nass machen lassen hilft auch nicht viel eine runde schlafen dann mit der regen auf das ist auch so blöd dass die kartoffeln weg sind also theoretisch hätten wir einen todes counter aber ich glaube der bringt nicht viel aber ich bin so froh dass wir fäden bekommen können aus wolle das ist so toll oh ja da war ich zu froh eigentlich w w vor w w w w w